Hier sind die Shops, hier kriegt man auch schön was zu lesen, auch Bundesstern, Bild-Zeitung, Magnete, hier hat man eigentlich, wenn man was vergessen hat, hier gibt es eigentlich alles. Ein schicker Hut, ein Käppchen, eine Sonnenbrille, hier findet ihr eigentlich alles, was man braucht. Und hier ist man kneed.